Musik Willkommen in der Sentinel Bay, eurem Anlaufpunkt für objektive und unabhängige Transformers Reviews. Heute befassen wir uns mit Titans Return Sixshot. In Sachen Zubehör kommt Sixshot mit dem serientypischem Titan Master, in diesem Fall ist das Revolver. Und ja, ist vom Design her jetzt nichts weltbewegendes, auch wieder zweifarbig, was ich per se immer ganz nett finde. Das heißt grünes Plastik, oben weißes Plastik, unten auch hier die Schraube wieder sichtbar im Torso, was ich per se immer nicht so optimal finde. Und in der Tat, man kann das wahrscheinlich kaum sehen, rote Farbe auf den Augen im Gesicht. Also selbst ein paar Farbakzente auf so einer kleinen Figur, das ist ziemlich cool. Der Kopf ist auf einem Kugelgelenk, wobei da außer der Rotation nicht viel an Artikulation bei rauskommt. Die Arme gehen 90 Grad nach oben auf beiden Seiten und die Hüfte wie üblich 90 Grad. Die Knie 90 Grad nach oben für die Transformation 90 Grad nach unten, sodass ihr also eine vernünftige Sitzposition bekommt. Und Transformation ist denkbar einfach. Arme anlegen. Hüfte 90 Grad, Knie 90 Grad. Und schon habt ihr den Kopf für Sixshot. Und der wird dann hier, landet dann hier im Helm, knapp runter und dann passt das. Zweites Accessoire ist diese doppelläufige Waffe, die sich splitten lässt in der Mitte. Das ist also zweimal identisch, einfach gespiegelt. Simples Plastik, sogar etwas weicheres Plastik. Fühlt sich nicht so hochwertig an. Ja, nicht richtig weiß, eher so ein helles Grau, würde ich sagen, mit ein paar Details. Und kommt in verschiedensten Varianten natürlich dann in seinen sechs verschiedenen Modi zum Einsatz. Und wie gesagt, kann entsprechend dann zu so einer Doppelwaffe verbunden werden. Und wo genau wir das brauchen, sehen wir dann noch im Rahmen der Transformationen der verschiedenen. Und so gehen die Waffen erstmal einzeln hier jeweils in einer Hand. Und dann gibt es entsprechend, hoppala. Und dadurch hat er dann entsprechend seine Zwillingsgewehre. Und das macht auch schon ein bisschen was her. In Sachen Artikulation. Der Kopf sitzt einfach auf einem Rotationsgelenk, 360 Grad. Es gibt ein kleines bisschen nach unten, weil der Kopf im Laufe der Transformation ja einmal eingeklappt werden kann. Da wäre ich für Sixshot ein bisschen mehr schön gewesen. Nach oben gibt es nichts. Und der Helm lässt sich entsprechend öffnen. Das haben wir schon gesehen. An den Schultern ist das hier leider das Höchste der Gefühle. Aufgrund des Aufbaus hier oben an der Schulter. Also gibt das ganze Design einfach nicht mehr her. Auch gibt es hier dieses Transformationsteil. Dadurch rutscht der Arm ein Stück nach unten, bringt einen aber auch nicht so richtig weiter. Also kann man sich das auch schenken. Zumindest löst man es sich unabsichtlich aus. Das ist eine ganz gute Geschichte. Dann für die Rotation des Arms ist der Flügel hier natürlich im Weg. Und verkantet sich dann hier auch schon mal. Also wenn man ihn rotieren will, macht es den Flügel per Hand beiseite zu schieben. Und dann kriegt er den Arm auch 360 Grad rundherum. Dann Bizeps-Rotation. Die funktioniert absolut problemlos. Der Ellenbogen ist ebenfalls stark limitiert. Also nicht mal 90 Grad. Man kann es ein bisschen schummeln. Es gibt ja hier diesen Schieber. Den man im Rahmen der Transformation braucht. Dann bekommt man das Ganze weiter. Aber dann gehen natürlich die Proportionen auch ein Stück weit verloren. Also ich finde, es ist in dem Fall mal kein zulässiger Cheat. Sonst mache ich ja sowas auch ganz gern. Aber hier glaube ich nicht vernünftig. Also das finde ich definitiv zu wenig. Handgelenk, Finger gibt es keinerlei Artikulation. Es gibt durch die Transformation die Möglichkeit, das Handgelenk so ein Stück nach unten zu justieren. Also natürlich auch ganz weg. Aber da macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr. Das ist aber auch alles. Auf der anderen Seite das Gleiche. So, dann Hüfte. Nischt. Also keine Hüft-Rotation. Auch sicherlich ein Nachteil. An der Hüfte selber, an den Oberschenkeln. Die zwei Klappen hier lassen sich entsprechend öffnen. Allerdings nur vorne, also hinten. Aber geht das entsprechend nicht. Das heißt nach vorne. Hier ist ein gerastertes Gelenk. Auch stark. Ne, geht nicht noch eins mehr. Das heißt nach vorne volle Reichweite. Das ist problemlos nach hinten. Entsprechend eingeschränkt hier durch diesen Teil, der uns da blockiert. Zur Seite hin im Prinzip volle Reichweite ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das Gelenk hält es gar nicht. Und das Gelenk auf der anderen Seite. Da reicht ein kleiner Tipp. Und dann löst sich das auch wieder. Also die Reichweite ist da, aber die Stabilität ist nicht unbedingt gegeben. Am Knie. Das Knie geht fast 90 Grad nach hinten. Bleibt dann auch hier entsprechend wieder hängen. Man kann den Transformationseffekt jetzt hier nutzen. Könnte es wirklich auch noch weiter machen. Aber es ist nicht wirklich am Knie. Das ist dann mehr am Knöchel. Also, ich denke mal, so ein bisschen kann man das sicherlich, wenn man es braucht, kann man das nutzen. Aber dann macht es hier die Silhouette auch kaputt. Und sieht dann einfach auch nicht mehr gut aus. Von daher würde ich das eher nicht machen. Aufgrund dieses Transformationsgelenkes. Also zum einen seht ihr, ich bin jetzt hier verrutscht in der Höhe. Das ist nicht so wirklich Sinn der Sache. Und was halt auch geht, ist nach vorne. Und das macht anatomisch keinen Sinn. Vor allem finde ich es aber, weil man kann es halt auch nicht irgendwie blockieren durch einen kleinen Fieber oder irgendwas. Dadurch ist er halt auch so ein bisschen instabil. Also er kriegt dann doch mal so einen leichten Drall nach vorne, wenn er in der entsprechenden Haltung steht. Das ist sicherlich nicht optimal. Und hier am Fuß. Die Füße selber, also die Zehen, lassen sich entsprechend nach unten und nach oben justieren. Das ist, denke ich, okay. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Fuß seitlich auszustellen. Allerdings halt nur in einem, also gerastert auf einem relativ großen Radius. Also so. Das heißt, wenn ich mir jetzt daraus mal diese klassische Stand bauen würde, würde das so aussehen. Ja. Und jetzt kommt wieder das zu schwache Hüftgelenk ins Spiel. Dann passiert nämlich Folgendes. Ja, also ist eigentlich keine Option. Man kann es, wenn man irgendwo zumindest eine Seite des Fußes ausstellen will, kann man es sicherlich nutzen. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht dafür beabsichtigt. Ist mehr ein Nebenprodukt der Transformation. Und von daher würde ich jetzt sagen, ist das auch nicht unbedingt das Erschrebenswerte. Also in Summe Artikulation, gerade jetzt für eine Liederglas-Figur, definitiv eingeschränkt. Von der Optik macht er natürlich einiges her. Das kann ich nicht bestreiten. Er hat, der Kopf erstmal sieht großartig aus mit diesem, also weißer Plastik, weißes Plastik für den Helm. Dann hier entsprechend weiße Farbe im Gesicht, die roten Augen. Das sieht fies aus, sieht gut aus. Also das wird Sixshot auf jeden Fall gerecht. Ansonsten allerdings rundherum um den ganzen Kopf kein bisschen Farbe mehr. Hier hätte man vielleicht noch ein paar Akzente setzen können. Aber Silhouette und so weiter, das passt. Dann, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn, also hier vorne das Decepticon-Symbol und das hier, das ist halt nur, das sind nur Sticker. Also keine Farbe. Halbwertszeit wird sich noch ausweisen. Hier vorne haben wir einen Teil transparentes Plastik, genau wie hier in der Mitte vom Brustkorb. Das sieht vernünftig aus in Verbindung mit diesem türkisgrünen, Plastik, was ja immer schon mit Sixshots Signature-Farbe war. Dann schwarze Farbe hier auf der Hüftebene. Das sieht gut aus. Und ja, das hier, die Flaps sind grünes Plastik hier in der Mitte. Dem Teil wäre ich mir gar nicht so sicher. Könnte tatsächlich Farbe sein. Aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Arme ansonsten auch. Die Ketten hier an der Seite sind bemalt. Der Rest ist reines Plastik. Auch hier so die Räder und so. Das ist alles. Da hätte man mit so ein paar Tupfern Farbe einfach hätte das Ganze viel hochwertiger aussehen können. Das Rad rollt hier auch nicht. Ja, doch, rollt vernünftig. So ist es halt einfach nur ein großes schwarzes Plastikrad. Hier sieht man den die Narbe von dem Rad. Hier sieht man sie. Entsprechend ist es nicht. Also es ist auch noch inkonsistent. Und ja, auch ansonsten am Rest des Arms auch rundherum. Ah, doch hier. Hier roter Fargabzent auf dem Innenarm. Äh, auf dem Unterarm. Auf der innen Seite. So rum. Das sieht gut aus. Und andere Seite genau das Gleiche. Die Beine sind auch hauptsächlich ähm farbiges Plastik. Beziehungsweise schwarzes Plastik für die Oberschenkel. Lila Plastik für die Unterschenkel. Dann haben wir hier schön ähm schwarz und silber Akzente. Die sind entsprechend gemalt. Hier auch die silbernen Akzente. Die sehen alle gut aus. Genauso wie hier auf der äh auf dem Fuß. Und auf der Seite. Hier dieser gelbe äh Streifen ist auch wieder ein Sticker. Dem ich persönlich äh der schon die ersten Anzeichen zeigt. dass er abblättert und so alt ist die Figur noch nicht. Also da dem gebe ich nicht allzu lange. Und ähm auf der anderen Seite das Gleiche. Also in Summe muss man sagen eigentlich seine Silhouette macht schon was her. Und äh ist schon äh ehrfurchtgebietend so wie das bei Sixshot auch sein sollte. Allerdings ähm die Tatsache dass man ihn kaum in Pose setzen kann schränkt ihn natürlich dann was seine Präsenz angeht doch doch deutlich ein. Äh was ich noch vergessen habe zu erwähnen hier hinten die Flügel die sind auch entsprechend ähm Silber bemalt würde ich jetzt mal sagen es sieht so ein bisschen nach groben Finish aus sieht schon gut aus mit der grünen Farbe hier und an einem und an zwei Stickern da und da und auf der anderen Seite dasselbe und auf der Innenseite wo es ein bisschen beiseite klappt hier ist noch ein bisschen transparenter Kunststoff für das Cockpit und ähm hier nochmal diese grünen Farbakzente das ist alles soweit okay zum größten Vergleich habe ich mir hier mal den Power of the Primes Rodimus Prime ähm dazu geholt als als Gliederglasfigur und die zwei haben ungefähr die gleiche Größe Rodimus Prime ist ein bisschen größer ein bisschen äh breiter aber ähm in Summe sind die schon sind die gut vergleichbar ich denke das passt auch so die Transformation wird natürlich jetzt knifflig weil wir uns hier durch sechs Modi durcharbeiten müssen aber wir machen das einfach Schritt für Schritt und immer zwischendrin schauen wir uns den jeweiligen Modus an ähm als erstes die Waffen haben wir schon beiseite gelegt als erstes muss der Titan Master entfernt werden dass wir einfach den Helm öffnen den Titan Master rausnehmen und den Helm entsprechend wieder schließen so dann hier vorne die Brustplatte auf den Helm einmal 360 Grad drehen hier versenken dann das finde ich ziemlich clever die Flügel einklappen und die verschwinden nämlich jetzt hier in diesen beiden äh Schlitzen sozusagen und sind dann erstmal aus dem Blickfeld das finde ich ziemlich clever gemacht so dann kommen die die Reifen hier entsprechend nach vorne hier diese ähm Kettenteile können sind auf so einem Doppelgelenk das heißt können wir jetzt einmal rundherum hier das gleiche zack das ist soweit okay dann ziehen wir die Arme an also auch ein bisschen fest aber funktioniert lang ziehen 180 Grad drehen die Handwerk klappen auf der anderen Seite machen wir das gleiche lang 180 Grad 180 Grad wenden und dann das Ganze zusammen und dann sind wir mit dem oberen Teil auch schon ähm soweit im Prinzip fertig dann kommt als nächstes die ähm die Füße die werden auf der Vorderseite eingeklappt hier werden diese krallenähnlichen äh Füße entsprechend ausgeklappt und dann kommen diese beiden Teile werden hier nach oben geklappt und zwar so bis es einrastet hoppala so da sind viele Gelenke hier glaube ich ein Gelenk zu viel bewegt so das ist also alles ziemlich dadurch dass es so viele Teile hat und so viele bewegliche Teile auch hat ähm ist das nicht so ganz einfach die ähm Flügel also diesen Teil der Flügel 90 Grad aufrichten dann werden die Flügel entsprechend runtergeklappt hier ist ein kleiner kleiner Schlitz und hier ist ein äh äh entsprechender Stift so dass das auch vernünftig dann entsprechend einrastet jetzt werden die ähm diese zwei entsprechend nach vorne geklappt und aus der Anleitung war nicht so ganz raus zu ersehen wie weit das Ganze nach vorne soll es gibt auch keinen äh ja keinen richtigen Punkt nach meinem Dafürhalten wo das Ganze sich so richtig äh wo das irgendwie einrastet oder ähnliches das ist alles so ein bisschen gut dünken ähm etwas was mir per se nicht so gut gefällt dann die Flügel hier entsprechend anlegen so und dann kommen unsere Zwillingswaffen zum Einsatz hier ist nämlich ein hier ist dieser dieser schmale lange schmale Port und hier ist entsprechend das Gegenstück äh hier und da werden die einfach auf beiden Seiten das ist gar nicht so leicht mit einer Hand so und auf der anderen Seite das gleiche wie ihr seht fällt das Ding immer schon so ein bisschen auseinander weil es halt keine richtigen äh Fixierpunkte oder Fixpunkte für die einzelnen Teile gibt und das ist ein bisschen schade das war es im Prinzip jetzt soll laut Anleitung hier ist noch entsprechend das Cockpit ähm sollen wir den Titan Master dann noch unterbringen können ich hab's jetzt beim ersten Mal nicht geschafft ich versuch's jetzt mal mit angeklappten Armen ob ich da mehr Glück habe ja ja tatsächlich also der Trick ist die Arme hochzuklappen und dann funktioniert das auch und das wäre Sixshot Modus Nummer 1 also der der Panzer ich kann mal mal neu investieren und ähm dann gucken wir uns das Ding mal an also vom gesamten Aufbau ähm es sieht auf jeden Fall martialisch aus ich glaube das ist das was bei Sixshot immer schon ein wichtiger Punkt war ich kann ehrlich gesagt nicht sagen ob das Ganze jetzt nah an irgendeiner Vorlage ist äh bei äh per se wahrscheinlich eher an den IDW Vorlagen weil das doch so ein bisschen die Grundlage war für die für die letzten Hasbro Veröffentlichungen ist aber schwer zu sagen weil ich mir bei Sixshot einfach auch nicht alle sechs Modi immer merken kann per se muss man sagen sieht es erstmal erstmal ganz gut aus es ist recht interessant durch die vielen unterschiedlichen Farben die hier drin sind ähm hier kommt das Rot jetzt entsprechend raus wir haben dieses helle Grau als Grundfarbe für die für die Seiten wir haben das Grün ähm das Silber von den Flügeln wir haben das äh das Cockpit mit dieser äh getönten durchsichtigen Scheibe ähm wir haben hier hinten das Lider also insgesamt von der Farbkomposition das ist schon eine ganz spannende Geschichte was mir ähm errollt ganz okay denke ich ähm sind hier diese kleinen hier sind Rollen und das sind glaube ich sogar tatsächlich ach ne hier ist noch einer in der Mitte also drei Rollen das funktioniert ganz gut was mir nicht gut gefällt ist dass äh wenig hier in irgendeiner Form ähm ähm ja einrastet oder wie auch immer sondern das ist ja alles immer noch ne seht ihr hier ist locker das hier oben ist locker und ähm ich glaube der Spielfaktor ist von diesem dieses Panzers ist einfach nicht so groß weil ich doch doch durchs äh also rumfahren geht ich kann hier meine ähm entsprechend meine meine Waffen so ein bisschen ausrichten vielleicht ist es so auch gedacht aber ähm ja es fühlt sich alles so ein bisschen instabil an und das ist etwas schade und ähm beeinträchtigt zumindest für mich so ein bisschen auch den Spielspaß dabei ähm ja aber ansonsten denke ich erstmal okay nächster Modus ist sein Jet-Modus dafür müssen wir erst einmal die ähm Waffen wieder abmontieren und der Titan Master entsprechend auch an die Seite der hat glaube ich in dem Modus auch gar keinen Platz dann die Flügel wieder nach vorne also man macht jetzt erstmal ein, zwei Schritte zurück die ganzen ähm dieser ganze Aufbau nach hinten dann die Flügel entsprechend nach oben so dann drehen wir hier vorne die beiden Vorderreifen oder dass ich Schulter war bei dem beim Roboter entsprechend um 90 Grad nach innen dann ist hier ein doppeltes Gelenk auf beiden Seiten dass man das so ein bisschen nach außen stellt die äh Partie jeweils um 180 Grad wendet dann die ähm die Reifen oder diese diese Reifenteile entsprechend nach oben und zusammenschieben dann brauchen wir tatsächlich na doch geht auch geht auch mit einer Hand und dann werden die wird die ganze Schose hier an der Seite angelagert und dann kommen die Flügel wieder nach unten die lassen sich auch wieder hier wieder arretieren das verschiebt das alles hier so ein bisschen also die Arme sind weiterhin äh ohne Arretierung aber die Flügel entsprechend ähm schonen für den unteren Teil einmal die Figur 180 Grad drehen und dann die Beine um 90 Grad so dass dieser schwarz bemalte Teil nach oben zeigt und dann ist hier hier sind unglaublich viele bewegliche Teile in diesem Bein ähm es geht darum quasi dieses diese Bewegung hier also diesen ganzen Apparat nach oben zu schieben so dass das Bein einfach näher an die Hüfte rutscht ähm das ist die Idee und dann das Ganze soll sich dann entsprechend hier irgendwie zusammenrasten lassen das funktioniert allerdings so naja also das hier muss in der Mitte alles sehr gerade ausgerichtet sein und dann soll das alles irgendwie zusammenpassen und das tut es mit etwas Krampf am Ende tatsächlich ähm dann hier die Krallenfüße hier die falten sich so ineinander ihr seht der hier bleibt nicht drin das ist ah jetzt mit ein bisschen Gegendruck gucken ob es ob es entsprechend hält dann die ähm diese ähm die Füße sind auch wieder auf so einem Doppelten also hier einmal nach unten und dann rum so dass das also hier die Schraube und das in einer Linie sind und hier das gleiche so dann die ähm den vorderen Teil entsprechend drehen hier genauso und dann schließen diese zwei hier vorne sich zusammen auch hier soll es einrasten auch hier tut es das mitnichten dann die Brustplatte auf da ist die Flügel entsprechend wieder raus kommen die bleiben dann in so einer halbschrägen Position sollen sie bleiben kann man sich allerdings ausrichten wie man möchte und dann kommen wieder unsere ähm und wieder unsere Zwillingswaffe zum Einsatz die hier entsprechend wieder auf den gleichen in den gleichen Slot kommen wie beim Panzer hoppala so naja der Flügel ist halt hier immer lose das heißt es ist so ein bisschen äh herausfordernd das alles zu justieren und dann wäre der Jet auch schon fertig ja der Jet ist neuer nicht begeisternd ähm was man objektiv sagen muss der Teil hier vorne also der vordere Teil ist relativ locker das sind halt das sind die Gelenke von der Hüfte ja und äh da das hier nicht wirklich irgendwo nochmal fixiert ist hat man halt diese diesen Effekt ähm die Flügel die Flügel die haben so einen leichten Rasterpunkt ist aber auch relativ lose ach das Ding ist so groß man kriegt es kaum scharf gestellt in dem Video ähm und hier die Flügel sind halt auch das ist lose ähm die sind auch nicht so richtig arretiert sie sind ein bisschen geblockt durch die Flügel das ist ganz gut aber ähm ja in Summe finde ich die das hier hinten ich weiß nicht ob das die Triebwerke darstellen sollen es sieht einfach nur aus als hätte man vergessen äh oder müsste man nicht wohin damit und von daher sieht das etwas unfertig aus und ähm was ganz cool ist oder ganz gut gemacht ist hier haben wir jetzt quasi die kleinere Version des Cockpits ne also hier die hier ist die große Version auf der Unterseite die man jetzt nicht sehen kann und dann hier oben quasi die kleine das dadurch hat man so ein bisschen angedeutet dass halt auch Sixshot die Größe auch so ein bisschen verändert im jeweiligen Modus das ist ganz cool aber ähm ansonsten ja ist jetzt der Jet definitiv nicht der äh der schönste seiner Modi der Jet hat noch zwei Features zum einen gibt es auch hier wieder einen Platz für den Titan Master dafür wird es müsst ihr die Brustplatte nochmal öffnen den Kopf rausklappen und dann kommt unser kleiner Titan Master Freund einfach hier rein das heißt der ist auch untergebracht finde ich gut kann man ihn nicht verlieren und äh auf der Unterseite hat der Jet noch einen entsprechenden Standfuß also so eine Art Lande Plattform sodass er vorne nicht äh wie das hier halten soll das ist was ich eben meinte ähm ja so dass man ihn entsprechend dass er auch gerade stehen kann so viel Zeit muss sein mir ist eben aufgefallen ich habe eigentlich sogar einen kleinen Fehler gemacht beim Transformieren diese Teile hier sollten nämlich eigentlich nach Beschreibung anders herum sein nämlich so rum und dann passt es zwar trotzdem nicht aber ähm ja vielleicht äh ich finde es auch von der Optik eigentlich nicht wirklich ähm nicht wirklich gelungen aber so wäre es eigentlich richtig der nächste Modus ist äh ja ich nehme an es ist eine Art gelängende Wagen was jetzt als nächstes kommt ähm dafür erst einmal wieder die ähm das Fahrwerk einfahren unserem kleinen Freund den Titan Master wieder beiseite der wird ja am Ende immer nur geparkt irgendwie die Flügel können wieder nach innen so und der Kopf wieder rein so dass wir das Ganze wieder in den Ursprungs Zustand zurückversetzt haben dann drehen wir wieder das Ganze herum die Waffen können wir auch wieder an die Seite tun und dann die Flügel entsprechend wieder in die äh aufrechte Position im vorderen Teil die Front entsprechend aufklappen und dann die muss ich kurz gucken dass ich es richtig rum mache diesmal so dass also die silberne Seite nach vorne zeigt ist hier genauso ähm ähm und dann können wir werden die wieder an die Seite in die ursprüngliche Position gebracht hier ist so ein kleiner ne hier ist ein ein Stift und da ist entsprechend der Gegenteil und das Gegenstück und da muss man das da entsprechend ran justieren das geht mal gut mal weniger gut in dem Fall ist okay dann ähm die Seite Teile entsprechend wieder ausfahren dann kommen in diesem Fall jetzt beide Reifen nach außen also alle vier eigentlich um es ganz genau zu sagen so und so ähm die die Arme wieder schon drücken aber ist ja schon gedrückt entsprechend wieder verlängern so und dann die Ketten dieses Kettenteil wieder an die Seite auch hier in die Ausgangsposition äh es ist alles relativ knackig aber ich fühlt sich auch zumindest das muss man der ganzen Figur lassen das was man bewegen muss und das ist ja nun vieles fühlt sich äh auch einigermaßen stabil und langlebig an das ist definitiv äh ein Vorteil dann 180 Grad das Ganze drehen und nach vorne justieren und diesmal gibt es tatsächlich einen Arretierungspunkt nämlich dort ne Stift Gegenstück und dann das Ganze einmal entsprechend festigen dann können die Flügel wieder nach unten die wieder in dieser in dieser Position einrasten die kommen dann entsprechend nach vorne unsere unsere Waffen kommen diesmal hier oben auf die Flügel das heißt also ähm dieser dieses Teil in dieses Loch ne halt Entschuldigung das Flache der Kurze kommt da rein so dann hier vorne die das was eigentlich mal Sixshots Füße waren entsprechend noch nach vorne klappen das hier soll geöffnet werden wobei ich nicht so richtig sehe was es darstellen soll aber wir halten uns da mal an die Anleitung und dann kommt wieder unser kleiner Titan Master der kann links oder rechts Platz nehmen das spielt keine Rolle hier sitzt er jetzt ein bisschen ein bisschen locker drin aber von der Sache her ist das dann schon schon okay also von dem Modus bin ich bisher am wenigsten überzeugt wirkt insgesamt nicht ja es ist nicht so richtig man kann erkennen was es so grob sein soll ich denke hier vorne entsprechend ist so eine Windschutzscheibe hier das ist ein silberner Teil die Windschutzscheibe darstellen und mit Reifen aber es sieht insgesamt sie sieht sehr sehr improvisiert aus und ähm auch hier bin ich mir wieder nicht 100% sicher ob es da eine akkurate Vorlage gibt ob das dem jetzt nahe kommt und von daher kann ich es nicht genau beurteilen vielleicht aber mir gefällt er zumindest nicht aber das ist eine andere Geschichte er rollt absolut hervorragend da gibt es überhaupt nichts zu mosern an der Stelle sei vielleicht gesagt ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Designern dieser Figur auch wenn mir vielleicht nicht jeder Modus gefällt ich glaube es ist unfassbar schwer sechs Modi in eine Figur zu bauen und das ist von daher dass nicht jeder Modus vielleicht so aussieht wie man es sich vorstellt ich glaube das ist auch ganz normal von denen die ich bisher gesehen habe das definitiv der der mir am wenigsten gefällt bin ich mal sehr gespannt jetzt kommt es nämlich in den Wolfsmodus den finde ich nochmal ein bisschen spannender weil es etwas anderes ist als ein Fahrzeug der Titan Master fliegt raus die Waffen kommen ab das ist quasi der Anfang jeder Transformation das entsprechend wieder nach unten und dann wird jetzt hier ihr seht schon das ist der Kopf vom Wolf den drehen wir entsprechend nach hinten die Flügel gerade nach oben und hier vorne diese Krallen oder was immer das auch im Geländewagenmodus hätte darstellen sollen entsprechend einklappen dann diese Arretierung lösen und die Seitenteile wieder entsprechend nach außen dann 90 Grad nach unten das werden also dann die Beine und nach vorne jetzt gleich so und an der Vorderseite dann entsprechend die die Krallen nach außen so dann an der Rückseite dafür müssen wir den Kollegen oh nee müssen wir nicht rumdrehen können wir so lassen die Beine splitten so schwer wie es zusammen so schwer geht es auseinander es liegt aber auch daran dass das hier die so ein bisschen die Krallenfüße so ineinander greifen vielleicht macht das auch sind die so ein bisschen durch genau jetzt löst sich das Ganze dann auch jetzt kommt wieder dieses Doppelgelenk was wir vorhin schon hatten das heißt hier das ganze lösen nach oben ziehen und wieder einrasten auf der anderen Seite das gleiche so dann die Beine 90 Grad in diese Richtung drehen und nach unten jetzt eher an diesem diesem Gelenk genau und auch hier die Krallen entsprechend nach außen dann das sieht schon gar nicht so sieht schon sehr wolfig aus so jetzt haben wir noch die Flügel ähm die entsprechend die sind hier so ein bisschen gibt es eine 90 Grad Stellung da kommen sie entsprechend rein dann die ich würde sie so ein bisschen schräg stellen dann hat das den entsprechenden Look und die jetzt kommt unsere zwei unsere Doppelwaffe endlich mal zum Einsatz wird entsprechend kombiniert und stellt man höre und staune äh den Schwanz des Wolfes dar so und dann haben wir noch den Titan Master auch der findet wieder einen Platz diesmal allerdings nicht in seiner Titan Master Form sondern wir bauen ihn zurück zu Six Shots Kopf und äh platzieren ihn dann hier vorne im Kopf des Wolfs und oh Gott der ist relativ groß jetzt muss ich die Kamera mal ein Stück zurückstellen fertig ist der Wolf erstmal optisch ich finde es allein schon deshalb finde ich ihn gut weil er halt mal ne 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 halt kein Fahrzeug ist also ein bisschen was etwas interessantere Optionen einfach darstellt ähm was schade ist ist dass man ihn nicht wirklich artikulieren kann also normalerweise also die Beine lassen sich natürlich hier entsprechend bewegen das also ne diesen Sprung also das würde man schon hinbekommen nur leider lassen sich die Beine zwar nach vorne dafür ist es sicherlich oder das ist so sicherlich nicht gedacht ähm aber halt nicht nach unten so dass man ihn nicht in so eine gebückte Haltung bekommt das ist ein bisschen schade hier hinten hat man auch man kann die Beine etwas schräger stellen ähm aber ja so richtig wirklich artikuliert ist das auch nicht ähm immerhin der Hals lässt sich nochmal so ein bisschen das ist zwar auch die Transformation aber lässt sich nochmal entsprechend nach oben unten und was schön ist ähm das Maul lässt sich öffnen immerhin das aber insgesamt und die Flügel sind halt noch entsprechend variabel in der Einstellung wie man es gerne hätte aber ähm ja ich denke dieses halb nach hinten sieht schon mit am besten aus von daher äh per se ganz okay vom 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 Gedanken her aber ähm ja leider in der Spielbarkeit wie so viele Modi auch der Wolf ziemlich eingeschränkt nächste Runde es ist wirklich ein Marathon ähm ja das übliche Titan Master weg und Waffen weg dann ähm den Kopf nach oben und jetzt muss man ein bisschen das Ganze ausrichten die Flügel nämlich entsprechend auch nach oben und jetzt gibt es hier diesen hier ähm diesen Schlitz und es gibt diesen Stift am Wolfskopf und das muss zusammenpassen ähm am besten geht das wenn der Wolf einigermaßen gerade ist und die Flügel so einen leichten äh einen leichten Winkel nach vorne haben ja wobei es ist wirklich ein bisschen also so 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 kommt es ganz gut hin also Kopf ein bisschen nach hinten und ihr Flügel ein bisschen nach vorne der zweite macht sich dann logischerweise einigermaßen von selber dann ähm entsprechend die ähm ähm erst mal hier die na die Teile nach innen ähm die Krallen könnt ihr wieder einklappen ist nicht in der Beschreibung macht aber nur Sinn dass man das Ganze hinten auch tut ähm hinterher äh wenn man sich die Beschreibung den fertigen Modus anguckt sind sie auf jeden Fall äh weg von daher äh ja die bitte auch entsprechend so dann die ähm wieder das Doppelgelenk nach außen und die Beine nach äh nach oben oder nach vorne je nachdem wie man es äh wie man es nimmt dann die das ist auch etwas was in der Beschreibung also der Teil ist noch drin hier ne also die ähm Vorderreifen entsprechend 180 Grad drehen was nicht drin ist ist jetzt was passiert hier mit diesem mit diesem Schiebegelenk ich war mir auch beim Wolf schon nicht ganz sicher es gibt manche Bilder ist es äh so bei anderen ist es ausgezogen jetzt hier bei dem Modus bin ich mir sehr sicher dass das Ganze entsprechend auch wieder komprimiert werden muss wie gesagt nicht explizit erwähnt aber anders sieht es optisch halt einfach auch nicht nicht gut aus das muss man dann auch mal ehrlicherweise gestehen und dann das Ganze in dem Fall wieder nach hinten so dann die Beine die Hinterbeine des Wolfs einmal nach oben die Krallen entsprechend nach äh hinten ausrichten das heißt 90 Grad Winkklappen dann die Beine 90 Grad wieder so dass diese dieses Cockpit-Segment von dem Geländewagen entsprechend nach oben zeigt und dann die zwei versuchen wieder irgendwie zusammen zu bekommen das seht ihr ne das alles gegeneinander auszurichten ist dann manchmal gar nicht so einfach so ist es aber ganz ganz gut dann kommt eure oder kommt unsere Doppelwaffe es löst sich halt immer es ist alles nicht so richtig egal jetzt kommt die äh die Doppelläufige wieder hier entsprechend hier vorne drauf das stabilisiert das Ganze dann so ein bisschen das ist sicherlich ganz gut und dann kommt den parken wir mal ganz kurz kommt wieder unser Titan Master zum Einsatz ähm der jetzt wieder in den Roboter-Modus kommt und zwar jetzt mal bitte in diese sitzende Haltung also nicht so sondern wirklich mit 90 Grad angewinkelten Beinen und dann habt ihr hier vorne im da sind so zwei kleine äh Packs da und hier in den Füßen vom Titan Master entsprechend auch und dann darf der hier vorne Platz nehmen äh und darf dieses äh Gefährt steuern oder zumindest die Geschütze bedienen also Idee ist hier sicherlich äh ja so ne Art Schlacht sieht so ein bisschen nach Weltraum Schlachtkreuzer aus mit dem hier mit den hoch ausgerichteten Finnen und diesem großen Geschütz vorne kann man durchgehen lassen ähm von den beiden Flugmodi gefällt mir der Jet dann tatsächlich doch besser als das und ich muss sagen den den Titan Master hier vorne äh der hier so ein bisschen wie so ne Galionsfigur da auf dem Geschützturm ist nett gemeint funktioniert in meinen Augen aber nicht was sicherlich äh von der Stabilität objektiv gesehen ein Problem ist ähm wir haben wieder diese erstmal hier die die äh die die immer locker sind weil es einfach keine Arretierung dafür gibt außer dem Geländewagenmodus ähm das hier vorne ist entsprechend äh locker und hier kommt jetzt noch als extra Problem dazu dass es sich halt auch in sich so ein bisschen äh halt die Hüfte einfach instabil ist und man es daher auch dann nicht übertreiben sollte das hier mit den Flügeln ist das hier sich fixiert das hat man gut gelöst ähm das klappt auch wunderbar also da wo die Packs sind oder wo die ähm Fixiermöglichkeiten sind da halten sie auch fast außer hier halt hier vorne in diesem Segment ne da habe ich immer das Problem dass es nicht so richtig zusammenpasst aber ansonsten ähm ja so weit zum zum Schlachtkreuzer Modus so und letzter Schritt ist einfach zurück wieder in den Roboter Modus das mache ich normalerweise nicht in dem Fall finde ich es ganz sinnvoll dann haben wir es einmal den äh den Kreislauf des Lebens vollendet für diese Figur ähm wie immer äh Waffe weg und Titan Master weg den Titan Master können wir jetzt schon mal wieder in Kopfform bringen so und auch die Waffen können wir schon mal splitten weil die braucht Sixshot dann gleich wieder entsprechend einzeln dann erstmal die das was später dann wieder die Beine werden einmal einmal splitten und 300 äh 360 Grad mein Kopf ist mürbe 90 Grad drehen die Krallen oder in dem Fall war es mir äh den Bug des Schiffes entsprechend dann ähm ähm einklappen die Flügel splitten sodass der Wolfskopf wieder im Rücken verschwindet und die Flügel dann wieder entsprechend zurück und nach oben dann ähm stellen wir ihn ah das sieht schon da kommt der Sache schon wieder näher der Flap hat sich der Flap hat sich irgendwann selbstständig gemacht hier scheinbar im Laufe der der sechs Transformationen jetzt ähm die ganzen Dinger klappt wieder nach aber kaum sehen jetzt ist er wieder so groß also die wieder nach außen und die Arme nach unten und dann entsprechend nach oben anlagern und dann die Arme entsprechend drehen ich glaube so ne ja genau so macht das mit dem Ellenbogen dann auch wieder Sinn also 180 Grad gedreht und dann auch die Hände entsprechend wieder aus klappen dann die ähm Reifen sind bei ihm aber die Schulterpartie ist dann im Roboter Modus wieder entsprechend mit den Reifen nach außen Brustplatte auf und die Flügel nach vorne den Kopf entsprechend raus und 180 Grad gedreht und dann kann die Platte wieder wieder zu ähm Helm auf Titan Master rein Deckel wieder zu und dann ist es hier noch das Ganze verrutscht und jetzt muss ich jetzt hat er wieder eine aufrechte Position erlangt das heißt die Kamera wieder entsprechend ein bisschen justieren so und da haben wir unsere Figur wieder er kriegt noch seine Waffen und das war's Fazit ich hab's schon im Verlauf des Videos schon mal erwähnt ich hab einen riesen Respekt vor allen jenen oder den Designern die diese Figur designt haben einfach weil das schon manchmal ja bei einfachen Transformern also sprich wo es nur um den den Roboter und die jeweilige alternative Form geht schon schwierig ist dass beides vernünftig aussieht das jetzt in sechs verschiedenen Modi hinzubekommen ist denke ich eine riesen Herausforderung ich glaube es ist in Summe ähm bei den meisten Modi irgendwie geglückt ich finde jetzt gerade den Roboter Modus wenn man es schafft ihn in eine dynamische Pose zu bringen wie es jetzt wie die jetzt zum Beispiel ähm dann macht gerade der der Roboter Modus schon ordentlich was her und es hat auch so ein bisschen Ehrfurchteinflößend so wie man sich das von Sixthron auch vorstellt insgesamt ist die Artikulation ähm im Roboter Modus für meine Begriffe zu stark eingeschenkt für eine Figur dieser Größe ähm gerade was die Schultern angeht äh was die Ellenbogen angeht ist fast noch das größere Problem wenn man die wirklich nicht mal 90 Grad angewinkelt bekommt ähm dieses diese Doppelartikulation im Knie nach vorne und hinten ist ein Stabilitätsproblem unter Umständen ähm die das Hüftgelenk die Hüftgelenke sind zu schwach gerade nach außen hin das heißt die halten das eigene Gewicht nicht unter Umständen äh kann auch das ein Problem werden und wie man es hier ganz gut sieht ähm der dieser Ausstehleffekt vom Fuß ich denke der ist dafür nicht gedacht wir haben ihn jetzt im Rahmen der äh Transformation haben wir das Gelenk ein paar Mal gebraucht ich denke ist es eigentlich dafür eigentlich äh überhaupt eingebaut man kann es so ein bisschen äh zweckentfremden sieht aber dann auch nicht so richtig gut aus also Artikulation ist bei der Figur definitiv ein Problem Design ist eigentlich Taco und der ist durch die verschiedenen Farben und so weiter auch spannend genug die Transformationen an sich ähm die funktionieren super die machen auch tatsächlich auch Spaß sich ähm durch die 6 Modi durchzuhangeln was glaube ich eine Herausforderung ist wenn man von der Reihenfolge abweichen möchte also äh äh jetzt nicht von Roboter in Panzer und dann äh was kam danach ich glaube der Geländewagen ah ne der Jet also wenn man mal weiß ich von von Jet in Wolfsmodus oder so das ohne Anleitung hui ist eine Herausforderung aber sicherlich etwas was 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 Spaß macht nicht jeder Modus ist gelungen am besten gefällt mir tatsächlich äh gefällt mir der Panzermodus der Jet ähm der schon nicht ganz perfekt war ähm und die der Wolf ist allen auch ganz schön weil es eine Abwechslung ist die anderen Modi sind eher äh eher mäßig und äh ja aber insgesamt muss ich sagen ja ich habe natürlich jetzt viel rumgebaut mit ihm von links nach rechts und nach vorne und hinten das was man bewegen muss an der Figur wirkt zumindest im Rahmen der Transformation sehr stabil auch wenn die Figur insgesamt sich äh sehr leicht anfühlt und nicht nicht das hochwertigste ist was ich je in der Hand gehabt habe aber ähm ja ist halt auch muss man auch immer so ein bisschen im Verhältnis zum Preis sehen also in Summe würde ich sagen wer 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 Sixshot Fan ist und eine eine vernünftige günstige Alternative sucht die die sechs Modi entsprechend auch abbildet ist der Figur denke ich ganz gut bedient wer äh dynamische Posen in seiner Sammlung mag und ähm ja da einfach ein paar Möglichkeiten haben will ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl in Summe denke ich also ich jetzt für meinen Teil ganz persönlich habe ihn äh für einen reduzierten Preis äh im Laden mir geschnappt für ich glaube 23 Euro das ist er definitiv wert und da habe ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen mit wenn ich jetzt den vollen Lila-Class-Preis bezahlt hätte wäre ich wahrscheinlich eher enttäuscht danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal ciao اذ Zuhören bis zum nächsten Mal k